Jo, Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte nur noch ganz kurz die Facecam ausmachen. Hä? Kannst du die auch ausmachen? Hä? What? Jo, Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute mit mehr Spielmeister. Wer das nicht kennt, das ist eigentlich online. Wie der Name schon sagt. Ja, fast sagt. Aber auf jeden Fall will ich hier eigentlich nur mal die Facecam ausmachen. Ah, jetzt, jetzt. Okay, perfekt. Oh, ja. Ich muss noch nach einer guten Map gucken. Aktualisieren. Ja, machen wir einfach mal das. Auf jeden Fall muss man sich dazu nicht extra noch das teure Minecraft für 8 Euro kaufen. Man kann es auch einfach so spielen. Finde ich auf jeden Fall richtig nice. Und so. 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 Okay, ich bin so. Ok, ich bin so. Hier bin ich nicht. Okay. So. Manchmal frage ich mich wirklich, wo ich treame? Ich kriege so oder so keine Zuschauer. Das ist scheiße. Das ist ja scheiße. Okay. Ja. Scheiße, dass ich rund 10 Minuten machen will. Manchmal habe ich ganz so viel Zeit. Manchmal kommt auch was Privates dazwischen. Und nee. Das ist einfach scheiße. Ey, wehe, es hat die anderen scheiß Streams auch noch hochgeladen. Das wäre scheiße. Manchmal da denkt man sich einfach, wie scheiße manche in ihrer Welt hin. Ja, ganz bestimmt. Ja. Bestimmt. Zu spaßend. Das ist ganz schön. Und, das ist ganz schön. Ich hab's auch stimmte Pütteln auf. Manchmal hat man eine Wette so stütze voll dumme Apps erwischt, wo einfach nur Dach die vorne sind. Was ist der da? Das ist so ein Spaß. Ich hab ganz gut gesehen. So ein Opfer ist das. Hat er auch Freunde? Ich hoff, das rufkuchtet. Ja, das stimmt. Ganz bestimmt. Ich werde natürlich auch konstituiert. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön.